Joooooo Leute Willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Meisterbilders Ich würde sagen sehen wir uns gleich in der Runde wieder und Ja bis gleich Ok Leute Wir sind jetzt hier Äh Keine Ahnung Spiegelchen Leute Wir bauen jetzt ein Spiegelchen So Leute wir bauen jetzt ein Spiegelchen Ich würde sagen wir machen so ein Badezimmer Oder wir machen nicht oder wollen wir so ein Wohnzimmer bauen Und dann der Spiegel so an der Wand angelehnt Ein Wohnzimmer bauen also Also ich wäre fürs Badezimmer Badewanne Waschbekibeki Ich brauche hier eine Badewanne Und an den Waschbecken Und an den Waschbecken Nein Doch es passt Das hast du grad gebracht So hab ich Das So das reicht doch Das ist ne Toilette Nein Warum soll das ne Toilette sein Die Form passt auf jeden Fall Badewanne Das sieht aus wie ein Carriole Carriole Äh Ich würde sagen Torfederbau Sie das Waschbecken Aber nicht zu lang Sonst komme ich mit der Haxe Also ich mach erst mal so nen Schrank Soja. Und da wo das so sozusagen verdeckt ist dann? Ja, ich glaub wir sollten doch einen anderen Brunnen nehmen, weil irgendwie... das ist ein bisschen komisch. Findest du euch auch? Hm. Ja, nehm ich was. Ja. Boah, Aua! Oder weißt du was? Das sind... So PVC-mäßig. Ja, sieht genauso... oh mein Gott. Sieht genauso aus wie mein Badezimmer, Leute. Jetzt wisst ihr wie mein Badezimmer aussieht. Scheiße, Leute. Ich hab mein Badezimmer gelegt! Scheiße. So, das geht so nicht, Leute. Dann schneid ich raus, Kappa. Ach, dann fällt da das Hoichi-Bag in. Hm, ja, Mann. Dann... eine... nicer, nicer Badewanne. Würde ich mal meinen, und ich glaub wir wären nicht fertig mit unserer Badewanne mit unserem Ding, oder? Hm, hm. Das wird auf jeden Fall knappe, Leute. So ist nicht. Oh mein Gott. Okay, das kann ich nicht. Da springen einfach so... Ja, ne, keine süße Badewanne. Wie findet ihr meine Badewanne bisher? Bestimmt das nicht. Also Leute. Sorry, dass wir nicht zu viel reden. Ja, auf jeden Fall. Wir sind konzentriert leider wie immer. Ja. Ähm. Unser Bauwerk muss mal gut werden. Und zwar nicht, aber lauter. Ich weiß nicht. das ist der Punkt. ganz gut. Du weißt nicht. Die Badewannege überführt mit Wasser. Mit Wasser . Das sieht nicht aus, breite gleich. Das sieht nicht aus, breite leichter. Stimm. um ich habe genau jetzt das ist so gepläst ich habe auf jeden Fall was auch an der Wurzlager rauskommt ach so naja so wie ich es auf jeden Fall müssen wir noch einen Spiegel malen warte ich versuche hier noch Bauern ein Wäschbecken-Spiel ne ich mach hier auf jeden Fall erstmal ne Wand hin in der Mitte läuft es wie äh Wand äh Wand ich glaub ah hier ist dann kurz wenn du da fertig bist doch ich glaub er muss mit herwendlich das Spiel muss abkappt xx Tentation war ja du bist nicht xx Tentationa Tentationa es tut mir auf jeden Fall sehr leid, dass er gestorben ist es kam gerade richtig sarkastisch drüber, oder? hm ja Leute es tut mir auf jeden Fall wirklich leid, dass er gestorben ist hä? kennt ihr Joe? er ist Joe Joe ist Jungle? hm den kenn ich ja aber juckt mich nicht ich bin wieder voll ich bin wieder voll hm 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 oh Gott Gott! 1 Minute ja ich weiß haha wir sind nicht mehr mit dem Spiegel hm 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 ich brauch einfach noch ein Wasser und das ist einfach nicht gerade richtig fettig aufgefüllt ist ich mach'n Wasserhahn wird heiß ja ich auch hm hm ich mach'n Wasserhahn mit Eisenhahn so richtig überzeugen hm hm ja man ich auch da kommt gerade Wade so runter ich muss auf jeden Fall noch Kälte einstellen Mohl also rote Wolle blaue Wolle als ob Eisen kein Ding aber kein Knopf Spiele spielt er an der Wand, was ist das Schwerste? Das ist halt ein Glas, das ist ein Fenster, ja. Spiele spielt er an der Wand, was ist das Schlechteste? Glase machen in der Hand. Ja genau, Leute. Wie fandet ihr uns das eigentlich? Ich fand's nicht so gut, Leute. Ähm, ja Leute, auf jeden Fall. Was das denn? Ist eigentlich auch eher ein Glas so auf diese Art Basis? Legandär. Ich geb' einfach mal ein. Ich geb' schlecht. Nee. Oh Gott. Oh mein Gott. Auf jeden Fall war er jetzt... Das sieht krass aus. Das füllt sich grad' auf, ja. Ja, deswegen ist dann mit Rand auch schon mal alles voll, oder? Ja, erst der Rand, dann die Mitte. Doch. Alles klar in BH? Ja. Oh. Oh. Dann hättest du's aber hier umzudecken müssen. Ja, ich geb' okay. Ja. Ich auch, äh, ich hätte einen gut gegeben hätte, ja, ja. Doppel, also so, ne. So ist halt auch nicht viel Mühe, sozusagen. Ja. 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 Ich geb' einfach mal. Ja, ich geb' einfach mal. Ja, ich geb' schlecht leider. Auf der Fall. Chillie. Noi. Ich glaube, uns hat nicht gewonnen. Aber, wenn uns das gewonnen hat, ja, dann spring's immer aus dem Fenster hier zurück. Das ist eigentlich grauenvoll, weil, das hier ist halt schon viel mehr Arbeit, deswegen. Ja, ja. Weiter ist das so Fenster-Delays oder Fenster-Lays. Ja, das ist halt Dachverdacht. Ja, das ist halt Dachverdacht. Ja, das ist halt Dachverdacht. Ja. Ja, das geht für dich, okay. Ja, ja. Ich will mich selber im Spiegel sehen. Ha, ich bin eine Beauty-Kronen. Bötchen. Eine Bruder. Eine krasse Kronen auf jeden Fall. Ach so, oh, ich hab direkt einen Super gegeben aus Versehen. Ich geb' ihm schlecht. Seine Zähne machen mir aus. Was ist das vor allem in der Sonne? Das ist zu zweit. Tschüss. Was ist das im Telefon oder in der Dusche? Ey, ich geb' okay, fahre mal ein. Ich geb' ein Traumvoll. Na, stimmt. Da, 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 da. Ich geb' ein Rockermatter. Oh, ich hab' rausgesinnt. Ich geb' nur ein Schlecht. Ich geb' nur ein Schlecht. Ja, ich auch. Ich geb' nur ein Schlecht. Ich geb' bestomm'n. Sein Gesicht ist entzück'n. Oh, Mann. Von Ehren, Mehmet und Nice Pock. Oh, mein Gott. 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 Okay, Leute. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Runde. Mikrofaserbildes wieder. Bis gleich. Bad Gama. Yo, Leute. Sorry, dass wir schon so ein bisschen nicht wieder gestartet haben haben. Aber wir haben es wieder mal vercheckt. Und unser Thema für diese Runde ist... Teufel auf jeden Fall, wie ihr seht. Ich würd's sagen, an einen Arm bekommt er so'n Hack-Hack-Hack-Schwil. Okay, was kommt das? Jo. So. Und den anderen Arm mach' ich einfach so runter nochmal. Jo. Wie sieht sowas aus? Keine Ahnung. So'n Dreizeck, ne? Weiß? So. Ich hab' keine Ahnung. Ich hab' natürlich auch keine Ahnung. Äh... Ich mach' einfach schon mal die Kuh. Oh, Leute. Wie sieht'n Dreizeck aus? Ich bau' einfach mal. Äh, ja.